hi freunde und willkommen zu einem call of duty black ops 4 video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit dabei sein und wir zocken heute mal eine runde mit der sniper zocken das ganze mal in team deathmatch ich werde mich wahrscheinlich bis auf die knochen blamieren elende todes sterben aber egal wir probieren es einfach mal aus wozu ich sagen muss alter in black ops 3 war ich ein gottverdammtes genie mit der sniper was mich selbst verwundert hat ja gut und jetzt hauen wir hier mal drin in der batterie klasse wählen und nehmen vor wie jetzt hier haben wir doch eine sniper hoffe ich doch mal da sieht zumindest so aus dann sieht man wie wenig ich finde den sniper zocken also dem teil jetzt bei bw2 was auch noch ganz göttlich jung ist eine sehr nein ja durchs auto habe ich keine sicht wir haben die kontrolle übernommen nothalt falls gar nichts geht haben wir ja noch die unträder also die krispeln klasse granat geht raus ach so ja das sind die vorgebauten klassen weil ich hier am ende mit der paladin als sniper zocke und als sekundärwaffe mehr gepistelt ich habe hier aber auch keinen bock ewig im harz gut rum zu rennen klasse granat geht raus den haben wir doch gehabt oder bin ich jetzt blind wir verlieren den kampf ja gut danach muss ich erstmal ein klassen setup machen oh mann alter ich merke schon ich muss mehr mit sniper spielen oder auch das你的 aber das wird sein auch ich me das ich ich Hey. Hey, ich treff keinen. Hey, wie dumm bin ich denn? Oh, ich hasse diesen Schildaffen, Alter. Leerfixer-Spezialist nach No-Main. Ich mach das anders. Ein Abschuss will ich mit der Sniper. Reicht aber. Feindliche Drohnen im Einsatz. Ja, sicher, Alter. Verkämmt euch doch alle da drinnen, Mann. Wir lesen feindliche Drohnen im Einsatz. Verkämmt euch die Färmlenkladung im Einsatzgebiet. Ja, voller. Papa hat ihn. Verdammter Hund, ey. Wir werden natürlich alles wieder kaputt machen. Da, frisch. Ne, da geh ich down. Ah, Mann, Alter. Ah, ich hab mir erwischt. Crazy. Hätte nicht gedacht, dass die Kugel noch trifft. Hey, du kleiner hesslicher Pisser von hinten, Mann. Deine Sau. Ja, eine Runde machen wir noch. Allerdings möchte ich eine andere Lobby haben. Deshalb komm ich dann heute auch drauf aus Villa. Oh, geht schon los. Ja, als ob seine Kugel das Bein schluckt. Oder was? Ja, nee. Ist klar. Pflaster ist bei. Hier muss doch mal was gehen. Ich finde hier echt keinen einzigen Gegner, ne. Ja, du mieser Pisser, Alter. Ehrlich. Bäm. Volltreffer, Junge. Weggeholt den Typen. Ah, ich Idiot, Alter. Ich kann doch nicht mit... Das kann ich doch noch nicht mal mit einer Sniper pushen. Was soll ihm das gehen? Setz der Stacheldase ein. Setz der Stacheldase ein. Bäm. Weg ist er. Hey, du mieser Camper, Junge. Von hinten, Drecksau. Na gut, bin ich auch ein bisschen selber schuld, ne. Hätte mich auch umgucken können. Umstehen wurde noch nie gut gezeigt. Komm. Ja, sicher. Egal, ich verstehe das manchmal selber nicht mehr. Ja, deine... Egal. Drecksack. Ey, pickt euch doch von allen Seiten, mein dreckige Affen. Du, echt. Können die nicht fair spielen? Soll'n der Bullshit. Das verdirrt jemandem die Haube. Ja, du Hurensohn. Sorry. Ah, den musste ich jetzt rausschießen. Ich brannte mir schon im Hals. Ja, Petty, du Idiot. Hey, Mann. Wie die alle da rumcampen. Kann Activision und der jeweilige Hersteller da nicht irgendwas machen, Alter. Dass nicht immer dieses scheißge Camper überall ist. Egal welches verfickte Call of Duty das ist, Alter. Immer hast du so verdammten Hunde, die das Spiel nicht können und dann rumkämpfen. ganz ehrlich, ich kann's schon nicht mehr sehen. Hey, schon wieder von hinten so ein Bastard. Na, schwules Alter, dann soll er sich jemanden anderen suchen, aber nicht mich. Jetzt definitiv nicht. Wir legen schon mal zwei Abschüsse mit der Sniper auf. Ja, nee, Alter, Mann. Und so was habe ich gar keinen Bock. Ja, nee, ist klar, Mann. Ja, lasst ihr ein, Junge. Hey, Mann. Kur, was ist Ranne, du blöder Hund, ey. Ich hätte ihn wieder auf Ruhe oder so. Ich lasse, der Granate geht raus. Ich lasse, die Maschine locken. Bäm, du Sackgesicht, Alter. Verdammt, wie, ich habe den nicht erwischt. Naja, egal. Waren ein paar lustige Fails dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn ich manchmal echt rumfluge. Dass manchmal auch echt ein tierisch auf die Eier gehen kann. Hoffentlich doch trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wird mich über euren Support freuen. Daumen nach oben. Kostenlos abonnieren. Glock aktivieren, um kein Geo 4 Content mehr zu verpassen. An der Stelle bin ich raus. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschau. Tschau. Tschau.